Hey! Ich bin doch da! Frank ist gerade knapp bei Kasse. Hab Nase gemacht. Wo warst denn du? Mensch Herbert, ich hab auf dich gewartet. Drei Stunden saß ich jetzt gar nicht. Ich hab dir schon hundertmal gesagt, du sollst hier auf dich warten. Nächste Woche holst du den Titel. Kann deine Familie stolz auf dich sein. Herbert? Alles gut bei dir? So eine kleine Schwäche. Nichts ernstes. Hallo Sandra. Was willst du, warum rennst du mir nach? Kleines Spiegelchen. Du kannst mir im Krügstück kein Geld eintragen. Nur Sandra, mir geht's nicht gut. Ist mir egal, wie's dir geht. Herbert! Sie haben zu mir gesagt, du kommst zu mir wieder. Ich hab ne Enkel. Ich will sie sehen gut sein. Mach dir doch nichts vor. Ich bin Boxer, Marlene. Immer gewesen. Und wenn das mein letzter Kampf sein soll, dann ist das so. Die Muskeln gehen weg. Der ganze Körper. Hallo. Hallo. Und wenn das wächelt, dann kommt dann... Dann erstickt man. Guck. sought-te Ist es genug? Es ist einfach so wie eine Schildkröte. Säte amud Dude cundin00 dansen. ARD Text im Auftrag von Funk